Ja, ja, ich winsel dann später um, Gnade. Ich habe jetzt keine Zeit für so eine Spielerei. Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Damakasch und ich spiele jetzt eine Runde Thief. Ich stehe hier in dem, ich bin hier auf dem Grundstück des Barons im sechsten Kapitel und möchte eigentlich gerne von ihm ein paar Antworten haben. Und ich muss ihn auch erreichen, bevor der Mob ihn hängt, sozusagen. Und ja, ich habe mich hier letztes Mal so ein bisschen durchgeschummelt und schaue jetzt einfach mal, dass ich hier reinkomme. Ich hoffe, ich bin hier richtig, sonst habe ich tatsächlich ein Problem. Aber ich hoffe mal. Okay, ich mache jetzt hier mal auf. Da drinnen wird es wahrscheinlich wieder nur so von Wachen wimmeln, denn die wollen ihm wirklich alle irgendwie ans Leder. Und ich denke, er wird sich sicherlich... Das war der leichte Teil. Das ist ein großes Haus und der Baron empfängt heute keinen Besuch. Nicht freiwillig. Das denke ich nämlich auch, denn ich denke, er weiß ja, was die Leute so von ihm halten und überhaupt und sowieso. Und da steht was rum. Und es wird sicherlich in seinem Sinne sein, dass niemand sein Haus betritt. Gut, ich schleiche mich einfach vom Dachboden rein. Das sollte funktionieren. Ich gucke mich jetzt hier allerdings um. Erstmal in Ruhe. Ich höre hier jetzt auch niemanden, deswegen laufe ich einfach mal, damit ich nicht wieder wie Klein-Garrett möchte aus dem Spielparadies abgeholt werden. Durchs Bild husche. Ich sehe jetzt hier tatsächlich nichts weiter. Ich werde mal noch kurz eine Runde F drücken, weil das ist ja doch ein bisschen verwinkelt hier so. Nein, ich sehe jetzt da nichts. Dann mal gucken. Oh, jetzt hört man jemanden. Ja, ich wollte eigentlich so andersrum spähen. Warte mal. Oh, da ist einer. Guck mal. Ja, ich sehe schon. Der hat das gar nicht mitgekriegt, dass ich die Tür aufgemacht habe. Der ist ja blöd. Steht der da die ganze Zeit nur dekorativ in der Gegend rum? Nee, der läuft auch. Also, wenn der sich da wieder hinstellt, dann schaue ich, dass ich ihn erwische. Ich gucke jetzt erst mal. Ach, das ist eine Falle. Ja, ich sehe das schon. Ah, da drüben sind Kerzen an. Die mache ich mir gleich aus. Guck mal. So, dann bin ich hier doch schon mal gut versteckt. Hier musste ich die Kerzen jetzt ausmachen. So, ich werde aber darauf achten. Ich danke dir sehr für den Hinweis, Hans Wurst. Ich werde darauf achten, dass ich das Licht, wenn möglich, anlasse, weil ich weiß schon, dass YouTube das ja immer noch sehr arg verdunkelt. Das tut mir auch sehr, sehr leid. Das ist bei dunklen Spielen tatsächlich immer so eine Sache, wie man das am besten haben möchte. Es ist immer nicht so leicht, das hinzukriegen. Ich versuche, so viel Licht wie möglich zu lassen, ohne das Video unnötig aufzuhellen. Brief einer Wache. Bethany, wenn du das hier liest, ist heute Nacht alles den Bach runtergegangen. Diese Jungs haben Eisenhämmer zwischen den Beinen. Das muss ich ihnen lassen. Ich hinterlasse dir alles, was ich angespart habe. Das ist nicht viel. Aber du sollst nicht glauben, dass ich alles in der Taverne verprasst habe. Der General hat unseren Sollt halbiert und die Arbeit verdoppelt, seit dieser verdammte Dieb uns in der Fabrik zum Narren gehalten hat. Oh, Entschuldigung. Der Hauptmann ruft, ich muss gehen. Benutze das Geld für Papa und dich. Er hat zwar immer gesagt, dass er vom Baron nichts annimmt, aber ich glaube nicht, dass er dich für seinen Stolz hungern lässt. Gut, sonst ist hier nichts weiter, nein. Jetzt ist er natürlich gerade weg, wie das dann ist. Oh, kann ich hier auch hoch? Guck mal, kann ich da oben lang? Das ist natürlich auch ein bisschen hübscher, ne? Das mag ich natürlich lieber, hier oben lang zu gehen. Zum einen brauche ich mich dann um die Falle da unten nicht scheißen. Ich bin nicht reich für einen heißen Kaffee. Was, der kontrolliert die jetzt oder so, ne? Aber der hat noch eine Geldtasche, die hätte ich ihm bestimmt stehlen können. Weil der steht da eh nur doof rum. Ja, ist egal, macht nichts. Jetzt bin ich hier oben. Hier oben ist auch schön. Ah, na, guck mal. Ja, jetzt muss ich mal schauen, was ist denn da? Ich sehe leider gerade nicht. Ich wollte gucken, was für eine Lichtquelle da hinten ist. Ah ja, Kerzen, ich sehe schon. Vielleicht haue ich den doch K.O., oder? Vielleicht kann ich das von hier ganz gut machen. Na? Oder von hier so? Nee, anscheinend nicht. Das ist sehr schade. Ah, jetzt hier. Okay, gut, dann stehe ich hier richtig. Da ist die Hitbox wieder. Dann musste ich sie etwas suchen. Aber so passt's. Es ist auch nur der eine, den ich jetzt sehe. Also es ist nicht so, dass da einer die Treppe noch patrouilliert. Jedenfalls sehe ich da momentan niemanden. Von daher... Sollte das eigentlich funktionieren. Ich schnapp mir den Kerl jetzt hier. Ich wollte eigentlich nicht viel Aufsehen machen. Tatsächlich. Andererseits... Ja, dann kann ich da in Ruhe das, was auch auf dem Schreibtisch ist, noch mitnehmen und so. Und ich schlur den jetzt hier auch in eine dunkle Ecke, damit der gar nicht erst gesehen wird. Ich glaube, hier hinten ist dunkel und weit weg genug mitgenommen. Habe ich alles. Und dann kann ich da jetzt gucken. Das ist keine Falle, oder? Nee. Ich dachte, guck, das könnte... Ich dachte, das könnte eine Falle sein hier mit dem Auslöser und so. Jetzt mache ich hier aber mal erst mal das Licht aus. Das ist ja nicht mehr schön. So. Gut. Da liegt noch eine Geldbörse. Naja, 27 Gold. Das nehme ich doch gerne. Da ist noch ein Gemälde. Da kann ich... Achso, hier könnte man die Falle... Wenn eine Falle da wäre, hätte man sie hier entschärfen können. Aber ist ja nicht. Gut, das ist alles jetzt hier. Ich gehe mal wieder in die gebückte Haltung und dann schaue ich einfach mal... Ach, da kann ich so drüber. Achso, nee. Schade. Ich würde lieber drüber hinweg gucken. Na gut. Ist nicht so wild. Ich bin ja mal gespannt, ey. Was das wird, wenn ich den Baron da antreffe. Ob ich da überhaupt hinkomme, ne? Mal gucken. Das ist mir fast ein bisschen zu ruhig hier, muss ich ja zugeben. Ich finde das nicht... Das ist nicht normal. Ich hätte mit viel mehr Wachen gerechnet. Gut, solange ich hier im Dunkeln bin... Ach, da ist eine blöde Lampe. Ich werde mal gucken, ob ich die... Da könnte ich raufklettern. Ach, da kann ich... Nee, da kann ich aber nicht ganz rauf wahrscheinlich. Hier ist ein Schrank zum Verstecken. Aber das bringt mir nichts. Ich werde jetzt nicht direkt weiter runter gehen, sondern tatsächlich erst mal hier reinschauen. Oh, hier ist auch noch eine Tür. Ich nehme jetzt aber erst mal den Raum, wie er ist und werde mir dann die Türen ansehen. Ich weiß ja auch nicht... Ich versuche zu lauschen. Ich weiß ja auch nicht, wo das Studierzimmer ist. Ich sehe auch den blöden Lichtschalter nicht. Das sind ja wohl hoffentlich keine Fallen hier, oder? Doch. Natürlich. Ha. Ja, da tapse ich nicht rein. Siehst du. Ich bin ja nicht bescheuert. Warte mal, lass mich mal gucken. Wo führt denn das hin? Bestimmt da drüben in den anderen Raum. Dann gucke ich erst hier mal rein. Ja, da ist auf alle Fälle ein Schalter. Jetzt könnte das Ganze natürlich auch ein Lichtschalter sein. Ich habe schon mal Licht angemacht. Das war eine meiner blödesten Ideen während des ganzen Spiels, das Licht anzumachen, während ich da rumstehe. Hm. Nee. Ich gucke mal, was passiert. Ich kann ihn ja dann nochmal drücken. Ja, das ist Licht an. Hier, mach aus. Mach das Licht aus. So. Ja, wie gehen die Fallen auszuschalten? Da komme ich ja so nicht rüber. Da bin ich ja wahrscheinlich Matsch, oder? Da oben? Ist das vielleicht hier? Ja. Da ist noch was. Guck mal. Dann muss ich hier wohl erst rein. Aua. Das ist ja auch cooler Raum hier, oder? So, und jetzt ist aber... Warte mal. Was ist denn jetzt passiert? Das ist da irgendwie verbunden? Das ist schon verrückt. Was ist das hier? Ach, das ist... Ja. Aber hier ist jetzt nichts, oder? Hm. Lichtschalter. Ich sehe hier fallentechnisch jetzt leider tatsächlich gar nicht, wie ich das lösen soll. Ich mache hier mal zu. Hier ist ja erstmal... Also, es wirkt mir hier momentan sicher. Das heißt, ich mache mir Licht an. Und gucke mich jetzt hier erst einmal um. Gehört habe ich jedenfalls nichts. Also, vielleicht habe ich ja tatsächlich Glück. Da ist leider nichts drin. Vielleicht finde ich hier ja noch ein bisschen was. Wenigstens. Das wäre ja nicht schlecht. Den Schrank. Oh, oh. Weißt du, ich höre dann schon... Ich bin schon so paranoid, ne? Ich höre dann immer Sachen, wo gar nichts ist. Und da, wo was ist, das kriege ich nicht mit, ey. Das ist so typisch für mich. So, wo ist denn hier... Okay, ein neues Dokument. Das werde ich gleich lesen. Nochmal eine Geldbörse. Mich würde nur interessieren, wie ist denn... Das muss ja hier irgendwo... Och, da kann ich hochklettern anscheinend. Ja, hier mache ich mal noch auf. Das muss ja irgendwo... Irgendwo muss die blöde Falle ja ausgehen. Das ist wahrscheinlich wieder total simpel. Und ich habe es einfach wieder nicht kapiert, ey. So, wo ist denn... Da ist noch was. Das ist hinten fast. Das ist doch schön. Das kann ich nicht aufmachen. So, und jetzt konnte ich da noch hochklettern. Aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwas machen kann. Ich schaue aber mal. Nein, da kann ich nichts machen. Das ist nur eine Versteckmöglichkeit sozusagen. Apropos Versteckmöglichkeit. Ich könnte mal so ein bisschen Mohn wieder auffüllen. Und dann habe ich hier, glaube ich, nichts weiter. Die Lichtschalter, den Schrank. Da drüben ist noch eine Schublade. Hatte ich die nicht offen? Anscheinend ja nicht. Da ist aber auch nichts drin. Okay. Dann habe ich ja nichts Spektakuläres verpasst hier. Gut, ich... Irgendwas hat geknatscht. Ich hoffe, ich habe das Wichtigste jetzt hier. Jetzt gucke ich hier noch. Ach, hier ist ein Bad. Dann noch. Alles klar. Ja, das haben die Häuser oftmals so gehabt, ne. Dass dann da... Ach, hier kann ich das Licht ausmachen wieder. Das ist ja auch... Das ist ganz cool gemacht hier mit den Lichtschalter. Also, das haben die Häuser früher gehabt, ne. Dass so an den Schlafzimmern immer Bäder dran war. In Amerika wird tatsächlich auch noch so gebaut. Aber das ist in Deutschland nicht üblich. Da hat man eigentlich nur ein Bad- und ein Gästebadezimmer dann, wenn man ein Familienhaus hat vielleicht noch. Und das war es, ne. Also, es gibt keine zwei, drei Bäder oder so. Schade eigentlich, weil am Schlafzimmer direkt ein Badezimmer, das finde ich eigentlich ganz komfortabel. Gut, jetzt mache ich hier wieder aus. Jetzt bin ich da aber mit meiner Falle natürlich auch noch keinen Schritt weiter gekommen. Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen was für ein Popo. Kann ich das hier nicht irgendwie... Mach mal hier zu. Ich kann das aber auch nicht irgendwie wegmachen oder so. Kann ich da drüber wegklettern vielleicht? Weißt du, dass ich hier irgendwie... Nee. Weißt du, hochklettern oder... Nee. Da könnte ich nur spähen. Ich will da halt nicht durchlaufen. Das ist mir zu riskant. Obwohl da hinten bestimmt coole Sachen sind. Ha. Das ist ja echt merkwürdig. Ich mache jetzt hier mal nochmal gucken. Da oben. Aber wie... Da muss ich ja da irgendwie hochkommen. Wie soll ich denn da hochkommen? Weißt du, da oben ist die zum Abschalten. Da ist die Box. Das sehe ich wohl. Ach, hier geht es jetzt hoch. Ja. Von der anderen Seite ging es halt nicht. Na gut. Ja, ist egal. Ich habe es ja gefunden. Dann ist es nicht so schlimm. Dann kann ich das da wegmachen. Guck mal. Ausmachen. Zack. Sehr gut. Und dann hat sich das mit der Falle nämlich auch erledigt. Und dann kann ich da drüben auch gucken. Das möchte ich ja schon gerne wissen, was da noch ist. Ach, guck mal. Und da ist sogar ein geheimer Schacht. Kann ich da rüberspringen? Wie komme ich da denn hin? Also rüberspringen geht in diesem Falle tatsächlich leider nicht. Ich kann nur runterspringen. Das ist ja merkwürdig. Komme ich da von der Seite? Sieht man da irgendwas? Nee, da sieht man das leider nicht. Oh, da blinkt aber noch was. Oh, oh. Ich gehe erst da hinten gucken weiter. Ich bin hier noch nicht schwedisch. Lass mich erst hier hinten gucken. Aua, ich habe die doch... Oh Gott, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Ich dachte, ich habe die entschärft. Ach, Schitte, ey. Hätte ich mal zwischengespeichert. Siehst du, da ist es wieder. Ich habe das wieder vergessen, zwischengespeichern. Das ist natürlich wieder blöd, ne? Das ist wahrscheinlich nicht gespeichert. Und ich stehe da draußen wieder von Anfang an. Das ist natürlich doof. Ach so, nee, ich bin immerhin... Das ist ein großes Haus und der Baron empfängt heute keinen Besuch. Ja, das ist natürlich nicht so toll. Nicht freiwillig. Das habe ich wieder nicht toll gemacht. So, jetzt müssen wir hier leider nochmal durch. Ach, ich dachte echt, ich habe das ausgemacht. Ach, Mann, ist das blöd. Ja, das war eine Viertelstunde umsonst gespielt. Ich sollte echt öfter zwischenspeichern. Ach, guck mal, aber hier, das Ding ist weg hier, ne? Ach, da ist es. Da ist es jetzt hier. Guck mal. Hä, na, das ist ja trotzdem mysteriös. So, du, jetzt muss ich jetzt hier mit dem Kerl nochmal, ne? Ja, ja. Ja, den, ähm, erledige ich aber wieder von unten. Also, nicht von unten, sondern von oben. Warte, lass mich hier mal erstmal mitnehmen. Der kommt ja hier sowieso nicht hin. Den Brief brauche ich nicht nochmal lesen. Das habe ich schon. Ähm, so. Gut, jetzt kletter ich da wieder hoch. Sehr weit war ich ja noch nicht. Aber es ist trotzdem ärgerlich, mich wieder zu doof war, abzuspeichern. Guck mal, jetzt drücke ich meine Taste mal wieder öfter. Ich habe mir das extra auf die Maustaste gelegt, ne? Ich habe es echt vergessen. Ach, scheiße, eine Sekunde zu spät. Na ja, der kommt hier ja gleich nochmal vorbei. Macht ja nichts. Na? Guck da nicht rum, lauf da jetzt längst, du. Weißt doch, was dir blüht. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber ich hatte das doch auch... Also, ich dachte eigentlich, das hing da mit dran. Also, so... So was Blödes. Na gut, ist egal. Komm her, nimm den wieder mit. Und jetzt schleppe ich den wieder hinten in sein dunkles Eckchen. Ach ja, Mann. Ja, ich werde wieder mehr zwischenspeichern. Ich sehe das schon. So, hier liegt der doch wieder gut, ne? Hier hinten ganz im Dunkeln. Ist gut munkeln. Und abgespeichert. Es hakelt dann immer ein bisschen beim Zwischenspeichern. Das tut mir sehr leid. Aber so ist das dann. Besser, als wenn ich alles immer nochmal machen muss. Das ist ja auch ein bisschen suboptimal. Gut. Alles klar. Hier ist ja niemand... Ne, hier ist niemand weiter gewesen. Hier war sogar gar nichts weiter, glaube ich, oder? Hier ist nur der Schrank. Weiter runter wollte ich noch nicht. Genau, ich wollte mir erst die Zwischenetage angucken. Kann ich hier hoch? Guck mal. Was ist hier denn noch? Das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Ach so, schau mal. Da kann ich von der... Ach, das ist der Schacht. Bestimmt. Oder ist das ein anderer wieder? Keine Ahnung. Jedenfalls kann ich von der Seite hier rein. Das ist auch gut. Soll mir recht sein. In was für einem Zimmer bin ich denn hier? Ach, das... Ja, das ist der Schacht. Guck mal. Und da oben ist auch noch einer. Und dann kann man hier bestimmt so von Schacht zu Schacht... Das ist ja auch ganz cool gemacht eigentlich. Ähm. So. Kann man hier so lang schleichen. Das ist ja auch sehr, sehr nett. So, dann lass mich mal schauen. Weißt du, vielleicht kann ich da das Licht und ausmachen und spionieren und überhaupt und sowieso. Ja, genau. Das ist jetzt die andere Seite. Alles klar. Ja, das ist doch prima. Warte mal. Dann lass mich aber jetzt hier mal nochmal zurück. Ich muss jetzt ja hier nochmal ausräumen. Das hilft mir ja nichts. Hier war ich zwar schon mal, aber ich gehe hier auch gerne nochmal hin. Ach so, nee. Das ist der Raum, wo ich... Ha. Ja, 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 ja. Ich verstehe. Gut, nee. Kann ich da nochmal hochklettern? Vermutlich nicht. Von der Seite. Ich nehme aber schon mal hier das mit. Die Erweckten. Ein neues Dokument. Das werde ich gleich lesen. Ich möchte... Das ist hier nur so eine Balustrade, oder? Das ist hier... Ja. Dann kann ich den Raum gleich leer machen. Okay. Ein Stuhl. Lass mich mal hier aufrecht hinstellen. Und dann gucke ich mal. Nehme ich den Raum jetzt halt auch erst noch mit. Ach man. Na immerhin. Oh, ein Ehrenzeichen der Wache. Wenn ich mir das anpinne, vielleicht fällt das dann gar nicht auf, dass ich eigentlich gar nicht zur Wache gehöre. So viele, wie die rekrutiert haben, dürfte denen das wahrscheinlich nicht mehr auffallen. Also was ist cool, ne? So ein Globus mit den Sternenbildern. Das ist cool. Guck mal, da ist die Schlange. Und wo ist ein Orion? Sehe ich nicht. Hm. Cool. Ja, da ist... So, dann gucke ich hier mal noch in den Schrank rein. Da liegt was. Und da unten. Vielleicht ist da ja auch noch was drin. Ne. Hätte ja sein können. Das ist die Haupthalle. Ist auch nicht so viel los. Also wie gesagt, ich hätte mit wesentlich mehr Wachen eigentlich gerechnet. Lass mich mal hier gucken. Oh, da kann ich irgendwas noch machen. Was ist da denn? Ach, das könnte ich theoretisch anzünden. Aber wozu soll ich das machen? Das ist ja... Nö. Sehe ich ja nicht so ganz ein. Warte mal. Jetzt gehe ich dann halt... Ah, hier ist wieder Falle. Ja, ja. So, ähm, abspeichern. Jetzt nehme ich hier die Sachen halt wieder mit. Aber hier kann ich mir Licht wieder anmachen. Guck mal. Ich wollte da hinten kein großartiges Licht machen, weil da ja diese Balustrade ist, ne. Und da kann ja reingeguckt werden. Das ist mir dann eigentlich ein bisschen zu... Zu ungemütlich. Muss ich leider zugeben. Denn das sehen die ja auch, oder? Wenn da oben dann das Feuer angeht. Also ich würde das wahrscheinlich mitkriegen. Wenn ich gerade, wenn ich in Habachtstellung bin. Weil ich genau weiß, dass, ähm, Gott und die Welt und Hinz und Kunz versuchen hier meinen Chef irgendwie die Rübe abzuhauen. Dann wäre ich ja nun doppelt vorsichtig. Genau, da war nichts drin. Den Schacht, ja, okay. Das, ähm, da komme ich von hier nicht ran. Das ist aber nicht so dramatisch. Warte mal, kann ich hier... Da konnte man sich nur verstecken, ne. Das war irgendwie nichts weiter. Konnte man von hier irgendwo auf die Balken? Ich weiß das gar nicht mehr. Habe ich hier schon? Ne, habe ich noch nicht. Und hier... Ist auch nichts drin. Alles klar. Was ist das da? Ach, das ist wieder ein Feuer, was ich entzünden könnte, theoretisch. Warum sollte ich das tun? Das macht ja eigentlich keinen Sinn, oder? Ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist, das zu tun. So, ich komme von hier da hoch. Aber... Warte mal. Ich werde jetzt hier das Ding zwar entschärfen, aber, ähm, viel bringen tut das natürlich auch nicht. Obwohl das ein bisschen merkwürdig ist. Lass mich mal nochmal gucken hier. Ach, die sind da drüben aktiv. Ah. Das ist von da drüben. Da muss ich da... Ja, pass auf, da mache ich das doch. Das macht ja nichts. Das kriege ich hin. Weißt du, bevor ich dann abhauen muss nachher und das irgendwie nicht geht, ne. Weißt du, weil dann da die Fallen sind und mich dann die Fallen umbringen. Da habe ich ja nun auch nicht so die große Laune drauf. Da ist auf der anderen Seite nochmal sowas. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber jetzt. Dann kann ich das noch entschärfen und dann bin ich da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ist ja kein Ding. So. Ne, hier. Ach, da. Weißt du. Ja, guck mal auf Augenhöhe, Mensch. So, jetzt dürften die dann nicht mehr rot sein. Ja, perfekt. Jetzt wäre das Licht aus noch ganz cool, aber dafür habe ich den Schalter leider noch nicht gesehen. Allerdings ist es da drüben ja auch relativ dunkel. Da kann man ja mal gucken. So, was habe ich denn hier? Hier wäre noch, oh, die Tür, da könnte ich ein Schloss knacken. Soll ich das als erstes machen? Ich gucke mich jetzt erst in dem Raum um, denke ich. Bevor ich hier das Schloss öffne. Und die... Oh, da flüstert jemand. Da ist noch eine Tür, die geöffnet werden kann. Ich sehe zu der Lampe wieder keinen Lichtschalter. Ja. Dann mache ich hier jetzt weiter. Ich lese jetzt aber erst mal die Dokumente. Dokumente. Ach so, da... Ach, vom Baron sind die dann. Vivian. Ich bin tief bestürzt über Vivians Verhalten bei Lord Shiptons Bankett. Mitten in meiner Rede über automatisierte Arbeiter in unserer zukünftigen Gesellschaft hielt meine Gattin es für angebracht, mit einem lächerlichen Einwurf über die Bestückung der Automaten im Urkraftenergie zu stören. May, May, Yu war so dumm, sie zu weiteren Erläuterungen aufzufordern, woraufhin sie die Vermutung äußerte, äußerte, die Eisensklaven könnten von echten Gedanken ebenso profitieren, wie die Menschen es tun. Dann lachte sie und postulierte die Frage, ob das uns nicht zu Göttern machen würde. Vivians erschütternde Preisgabe religiöser Denkschemata traf mich bis ins Mark. Ich werde derartigen Unsinn nicht tolerieren, schon gar nicht unerwünschte Fantasien und zusammenhangloses Geschwätz meiner Frau über Dinge, die sie gar nicht begreifen kann. Ich habe Vivian nie geliebt und auch von ihr keine derartigen Gefühle erwartet, aber ihre aktuellen Narreteien betrachte ich nachgerade als persönlichen Verrat. Ich werde etwas unternehmen müssen. Okay. Ja, so war das, ne? Mit dem Heiraten damals, seinerzeit, Brief der Wache, das hatte ich schon gelesen, genau. Aber hatte ich nicht noch eins gefunden, anscheinend nicht, oder? Kapitelrückblicke? Ne, na gut. Gut, dann, bababam, knacken wir doch mal das Schlösschen. Na, da war er doch gerade. Ich habe es doch gesehen, ich wollte gerade sagen. Das sieht man manchmal, ne? Dann, ähm, wuselt er schon, dann zwirbelt er schon so mit seinen Fingern. Da, und dann, ähm... Aber das ist so Millimeterarbeit mit der Maus tatsächlich. Ist nicht so leicht. Da ist bestimmt jemand drin, ey. Ich höre es doch. Noch eins. Ach Gott, das ist aber gut gesichert, dieses Schloss. So, jetzt kann ich ja mal reingucken. Ich höre nur einen verdammt. Ich sehe einen Stuhl. Ich sehe Bücher. Ich sehe da jetzt direkt niemanden. Ich werde mich mal dort hineinwagen. Da sind Kerzen. Die, ähm, kann ich wahrscheinlich, hoffentlich ausmachen. Oh, 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 oh. Ja, hier sind auf alle Fälle Leute drin. Ich gucke mal weiter. Erstmal dann hier in der Etage. Und schaue erst mal. Weißt du, ob ich hier noch so, sowas wie hier, weißt du, so kleine Kammern und so finde. Das möchte ich ja dann erst gucken. Bevor ich dann weiter durch größere Zimmer gehe. Weil ich übersehe sonst eh die Hälfte. Oh, hier kann ich durchgucken. Das ist der Tresor, den ich suche. Fehlt nur noch der geheime Eingang. Stell den Baron in seinen privaten Schuhen. Optional finde einen Weg in den Geheimraum. Ich wollte gerade sagen, hier geht es doch bestimmt irgendwie rein. Das sieht aus wie eine lohnende Beute. Ich könnte mir fast denken, dass ich da von dem anderen Raum, wo ich gerade die Stimmen gehört habe, reinkomme. Dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Jedenfalls vermute ich das ein wenig. Ich mach mal hier noch. Na, sonst ist hier nichts weiter. Alles klar. Ich gucke jetzt aber weiter erst. Gut. Die Vase will ich nicht unbedingt runterschmeißen. Komme ich da hoch irgendwo rauf? Ich gucke gerade, ob hier noch so Luftschächte sind oder etwas in die Richtung. Ich sehe jetzt hier tatsächlich so auf Anhieb nichts. Das ist noch so eine komische Statue. Oh, hier sind so viele Türen. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingehen soll. Es ist hier so viel, oder? Ja, pass auf. Dann gehe ich jetzt hier in den Raum und gucke mich hier erst mal um, glaube ich. Ich muss jetzt erst mal irgendwie mir einen Überblick verschaffen. Das finde ich gar nicht so einfach. Wo kann ich denn hinklettern? Irgendwo kann ich hinklettern. Der wollte mir gerade Klettern anbieten. Hier. Ach, da auf den Schrank. Ja, das ist zum Überblick verschaffen natürlich gar nicht so übel. Ich sehe jetzt hier auch niemanden. Ich würde mich dann vielleicht mal vorbewegen, da in den Gangen zu den Kerzen, um die Kerzen auszumachen. Ich, ähm. Ja, da hinten ist, ja, okay. Da steht noch ein Kelch oder so. Gut, ich gucke einfach mal. Die Beleuchtung hier ist natürlich auch ein bisschen suboptimal. Also das muss ich ja schon sagen. Ach, da ist eine Büste. Geht's hier vielleicht hoch? Nee. Aus. Ich bin neuerdings so müde. Aus die Maus. Da ist noch eine Kerze. Die möchte ich auch gerne noch aushaben. Oh, hier ist eine Kiste. Warte, aber erst die Kerzen aus. So, jetzt kann ich hier doch mal schauen. Ich hoffe, hier kommt jetzt keiner langspaziert. Ansonsten habe ich echt ein Problem. Na, wie, da ist nix drin. Was ist denn das für eine blöde Kiste? Die ist ja doof. Ich muss hier irgendwie, gibt's hier, weißt du, ein geheimes Bücherregel. Wie, na? So, warte. Jetzt kann ich von... Oh, ah, da läuft einer. Ich sehe schon. So, ich gucke jetzt aber erst mal. Kiste, Kerzen. Nein, Bücherregal sehe ich nicht. Schacht sehe ich auch tatsächlich derzeit nicht. Da drüben auch nicht, oder? Nein. Gut. Ja, ja, du weißt jemanden zurecht. Das werden wir sehen. Gut. Dann schaue ich mal hier vorsichtig rum. Ach, da ist wieder eine große Tür, wo es rausgehen würde. Hier war nichts weiter. Ich, ähm... Ach, hier kann man das Schloss wieder knacken. Soll ich das mal ausprobieren? Ich teste das mal und gucke mal, wo ich da dann rauskomme. Der andere scheint ja da hinten irgendwo zu patrouillieren. Und ich bin ja hier im, ich sag mal, im Schatten verborgen. Ich, ähm, hoffe einfach mal, dass der mich jetzt hier nicht sieht. Weil zu dem Tresor möchte ich eigentlich schon gerne. Also, das sah schon ganz cool aus. Was man da einsammeln konnte. Aber ich glaube auch, dass das gar nicht so einfach ist, den Zugang zu finden. Sonst wäre das nicht als optionale Möglichkeit da. Also, das, ähm... Ich werde das wahrscheinlich nicht finden, aber versuchen will ich es halt wenigstens. Obergeschoss, ja. Ach so, jetzt bin ich hier... Ja, da wo... Ja, pass auf. Ich mach hier mal aus. Äh, und hier die... In die Schubläden kann ich ja mal noch gucken. So, nee, hier... Nee, war das hier? Ja, hier... Nee, hier war ich nicht. Hä? Ah, ich bin so verwirrt immer, ne? Wenn das alles so gleich aussieht. Das ist immer nicht so einfach für mich dann. Was ist hier noch? Nee. Guck mal, hier gehört bestimmt eigentlich ein Bild rein. Das ist bestimmt schon geklaut worden. Guck mal, da kann ich hochklettern. Schau mal an. Was sind hier? Das sind... Ja, die sind auch noch aktiv. Ich bin natürlich... Na, hoch hier. Ähm... So, hier kann ich einmal was ausmachen. Auf der anderen Seite, hab ich gesehen, kann ich auch noch hochklettern. Guck da drüben, da ist ein Schacht. Das werde ich natürlich auch gleich mal testen, was sich da so verbirgt. Ich werde hier nie rausfinden. Ich werde jetzt für immer hier in diesem Riesen anwesen bleiben müssen, glaube ich. Ja, kann ich mal hier... Ach, das ist noch ein Schlafzimmer. Also, ein neues Dokument. Das schaue ich sofort. Das mache ich auch jetzt sofort. Damit ich das nicht verpasse. Hier ist ja... Hier kann ich das Licht anlassen anscheinend. Hier ist niemand drin, ne? Dokumente. Baron. Lost Christ. Unfruchtbarkeit. Ach, guck mal an. Mein Ersatzarzt hat nervös angedeutet, meine Lenden könnten ausgetrocknet sein. Ich habe den Idioten wegen dieser lächerlichen und antiquierten Umschreibung von Unfruchtbarkeit sofort entlassen. Obgleich er mit seiner blumig vorgebrachten Diagnose durchaus recht haben mag. Ich weiß, dass die Urkraft die Schuld daran trägt. Die Energie lässt meinen Körper schon seit einiger Zeit beschleunigt altern. Hanfield hat geschlussfolgert, dass direkter Kontakt mit der Urkraft enorme Auswirkungen auf Geist und Körper nach sich zieht. Sie ist vergiftet. Und vergiftet nun im Gegenzug uns. Ich bezweifle, dass Hanfield dieses Jahr noch überlebt. Nach den zahlreichen Berichten über Krankheit und geistige Ausfallerscheinungen in der Bergfriedverwaltung habe ich befohlen, den Tresor zur Aufnahme des größeren Teil des Urkraftsteins umzubauen. Vielleicht kommen die negativen Effekte so weit über die Stadt nicht zum Tragen. Einige drängen mich, die Arbeit einzustellen. Aber das wird nie passieren. Wenn ich jetzt aufgebe, wäre all das, jedes Opfer, umsonst gewesen. So, guck mal. Ich kann auch mal aufrecht laufen hier. Da ist noch ein Brief. Ein versenkter Brief. Und noch eine Kiste. Hoffentlich sind da nicht auch nur Klamotten drin. Ah ne, guck mal. Da ist so eine komische Büste drin. Die kann man doch schon mal mitnehmen. Da ist noch... Gut. Mensch, wie viele Geldbörsen hier überall rumliegen. So. Wenn ich so viele Geldbörsen hätte, das wäre ja ein Traum, nur. Da kann man sich nur verstecken. Da kann ich aber noch reinschauen. So. Na komm her. Los, irgendwas Tolles muss ich doch noch finden. Da unten noch. Ja, was ist das denn für ein blöder Schrank? Da ist ja gar nichts drin gewesen. Ist ja voll frustrierend. So, hier könnte ich das Schloss noch knacken. Das mache ich gleich. Jetzt lese ich erst mal den versenkten Brief, glaube ich. Ja, dann. Mhm. Okay. Versenkter Brief. Dokumento. Kapitel 6. Versenkter Brief. Sir, mir ist bewusst, dass ihr in diesen angespannten Zeiten sehr beschäftigt seid. Aber ich muss wirklich mit Nachdruck um weitere Zahlungen ersuchen. Euch sollte bewusst sein, dass ihr Zustand sich nicht verbessert und die Opiumtinktur nahezu verbraucht ist. Der vorherige Arzt war ebenfalls der Ansicht, dass es nur noch eine Frage von Wochen ist, bevor sie... Der Rest des Briefes ist bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Aha. Hat er wohl irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt? Für irgendeine weibliche Person. Gut. Entweder seine Frau, der wollte er ja anscheinend irgendwas antun. Also er hat ja irgendwie geschrieben, dass sie dafür bezahlen muss, dass sie da so ihre Narretai ausgelebt hat in dem Dinner. Oder aber die... Aaron, ja? Also das könnte ja auch sein. Achso, jetzt bin ich praktisch hier auf der anderen Seite. Da habe ich doch was gesehen. Ja, ich bin aber leider immer noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da in das Ding reinkommen soll. Ach, das ist ja... Ach, guck mal. Hier kann man noch eine Falle ausschalten. Mach mal hier zu. Dann mache ich das auch. Weißt du, wie man in den Tresorraum reinkommen soll? Ich habe keine Ahnung. Noch ein Brief. Was ist denn hier los? Brief des Verwalters. Was will der Verwalter denn? Und warum liegen die Briefe überall hier quer im Haus verstreut rum? Kapitel 6 Brief des Verwalters Annabelle, die Gerüchte haben gestimmt. Wir werden alle entlassen. Verzage nicht. Das könnte sich als größter Segen unseres Lebens herausstellen. Die Probleme, die mit dieser Abriegelung ihren Anfang nahmen, werden, oh Dale, erreichen. Wart's nur ab. Und wenn das geschieht, wollen wir hier nicht sein. Angeblich bereiten einige Adlige bereits ihre Abreise aus der Stadt vor. Du solltest dir einen davon suchen und mit ihm gehen. Sag ruhig, dass du für den Baron gearbeitet hast und verschweige, was sich im Mainer abgespielt hat. Man wird deine Diskretion mit Sicherheit zu schätzen wissen. Leb wohl, Alexander Farnum. Ja, das erklärt, warum hier auch nicht mehr so viele Leute sind. So. Wenn dann sich das Personal vielleicht so aus dem Staub gemacht hat vielleicht. Na, also das ist ja gut möglich. Wenn ich doch nur wüsste. Jetzt bin ich hier einmal im Pudding gelaufen. Sehe ich das richtig? Ja. Gut. Dann gehe ich jetzt wieder hier durch die Tür. Und guck mal, da hinten rennt der High-Op-High rum. Ich gehe aber hier lang, weil hier habe ich die Kerzen schon ausgemacht. Und dann gehe ich jetzt einfach mal hier rum und schaue mal, was da auf der anderen Seite ist. Also da bin ich jetzt lang gelaufen. Einmal im Kreis. Andererseits muss eigentlich der Raum irgendwo da liegen, oder? Bin ich schon total... Oh. Ich weiß gar nicht, wann der Baron sich das letzte Mal gezeigt hat. Wo ist der denn jetzt hingelaufen? Ich habe den doch da gerade gesehen. Wo ist der denn jetzt hin? Kann ich hier rüberklettern vielleicht? Sind da Kerzen? Weißt du, dass ich da hier irgendwo mich so durchquetschen kann? Nee, leider nein. Das heißt, ich werde hier lang müssen. Ich muss nur mal gucken, wie seine Laufwege sind. Das habe ich ja... Ich weiß ja nicht, wie der patrouilliert. Ich weiß gar nicht, wann der Baron sich das letzte Mal gezeigt hat. Das kann ich vielleicht irgendwie vom Schrank aus machen, oder? So. Also, jetzt steht er da am Fenster. Ach, guck mal, ich kann da rüberspringen. Das mache ich gleich, wenn er sich umgedreht hat. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Ich glaube nicht, dass das da im Schatten liegt. Ich könnte aber mal abspeichern. Jetzt habe ich schon so viel gesehen und gefunden. Ah ja, und jetzt geht er da lang. Und dann wird er wahrscheinlich gleich wieder umdrehen. Ach so, der geht da einmal im Kreis. Ich verstehe, dann kann ich jetzt hier springen. Gut, der sieht mich von hier nicht. Aber ich dürfte ihn an dieser Stelle hier K.O. hauen können, wenn er hier wieder lang patrouilliert. Das sollte eigentlich funktionieren. Das ist mir sicherer tatsächlich. Also, ich weiß, ich könnte wahrscheinlich auch, weißt du, so mit ihm durch, also, weißt du, so mit ihm mitschleichen und so rumwuschen und so. Aber ich glaube, so ist es tatsächlich einfacher. Guck mal, da sind auch so Balken. Kann ich da irgendwie rauf? Guck mal, da oben, siehst du das? Da kann man bestimmt irgendwie, da guck mal, da kann ich den Dings machen hier da, den Scheinwerfer. Könnte ich ausknipsen sozusagen. Oh, ich muss jetzt aber mich mal konzentrieren hier auf den Kollegen. Oh. Alter. Und dann ist da auch noch der scheiß Vogel. Oh Gott. Na, ich habe ja wieder ein Talent. Ey, kletter hier mal rauf. Oh mein Gott. Ich habe eigentlich Kuh gedrückt, aber anscheinend eine Sekunde zu spät oder so. Vermute ich mal. Da oben lang wäre halt echt geil. Kann ich hier nicht hoch, ne? Ach, der steht da jetzt am Fenster. Ja, ich sehe schon. Oh oh. Ne, hier vielleicht lieber hin. Oh. So, jetzt gucke ich mal, dass ich den hier irgendwo... Oh, vielleicht nicht die Treppe runter. Ich schlur den mal hier hinten irgendwo hin, weil da die blöde Krähe ist da ja auch noch. Weißt, das ist doch alles eine Kacke hier. Kann ich den hier hinpacken? So. Wessen Rückenschmerz denn jetzt schon wieder? Weißt du, die haben alle Rückenprobleme. So, ich bin jetzt hier... Das war, glaube ich, nur der eine. Ich möchte das, was da auf dem Tisch ist, gerne noch einsammeln. Das muss ich ja leider sehr, sehr langsam machen, weil sonst die blöde Krähe mich hier wieder verpetzt. Ach guck mal, eine Kerze ist da auch noch. Der markierte Bereich im Obergeschoss war nicht auf dem Originalbauplan. Ah, dann finde ich da bestimmt... Da finde ich dann bestimmt zum Dings. Hier, warte mal. Ich kletter hier mal hoch. Hier stehe ich, glaube ich, nämlich ganz sicher. Hoffe ich. Wenn ich jetzt eine Karte gefunden habe, weißt du, wo was drauf ist, was nicht auf dem Originalplan ist, dann gibt es da vielleicht einen Zugang zu der Kammer. Grundriss des Anwesens. Zweiter Stock. Ja, ich kann leider mit sowas immer nicht so wirklich was anfangen. Kann ich aber, könnte ich theoretisch... Warte mal, wie ist denn das, wenn ich Karte ansehen? Wird mir hier... Da ist das Studierzimmer. Wird mir das Optionale hier nicht angezeigt. Das ist sehr, sehr schade. Ich gucke mich hier jetzt weiter um, aber nichtsdestotrotz, ne? Also... Da pfeift irgendjemand sinnlos rum. Da kann man bestimmt auch irgendwie mit dem... Ach, da drüben hin vielleicht. Ah. Nein, ich will hier hochklettern. Komm her. Klettern. Ach nee, ich wollte eigentlich... Ich habe gedacht, ich kann da rüberspringen. Aber vielleicht komme ich auch direkt hier hoch. So. Und dann hier hoch. Komm her. Da ist doch... Ich wollte gerade sagen, ich komme doch da bestimmt auf diese blöden Balken irgendwie. Das gibt es doch wohl gar nicht. So. Gut, da sollte ich das Licht auf alle Fälle beseitigen, denke ich. Dann kann ich da besser in Ruhe runter. Auf der anderen Seite ist dasselbe in Grün. Da könnte ich eigentlich auch von der Seite ruhig mal hin schleichen. Ich möchte jetzt aber... Das ist das Feuer. Das sind die Kerzen. Ich zeige Ihnen, was es heißt. Na gut. Das heißt, ich brauche mal... Ich brauche mal... So. Gut. Da sollen sie ruhig schimpfen und da sollen sie ruhig meckern. Ach so, und kriege ich jetzt die Krähe hier unten auch ruhig von hier aus? Ne, wahrscheinlich nicht. Vielleicht von hier so schräg. Von hier so. Ah, jetzt haben die den Dings gefunden. Okay, ich verstehe schon. Ähm. Den kriege ich nicht weg. Ach guck mal, ja. Jetzt rennen die hier auch alarmiert rum. Mal da ist einer und da vorne ist auch noch einer. Dadurch, dass die zu zweit sind, kann ich die natürlich jetzt hier auch schwer K.O. hauen. Also. Ach so, abspeichern. Ach, jetzt kann ich gerade nicht speichern. Guck mal. Bestimmt, wenn die alarmiert sind, geht das nicht, oder? Gut, dann warte ich ab, bis die sich wieder beruhigt haben. Ich stehe ja hier oben doch relativ gut, denke ich. Ich hätte die sonst auch gerne von hier K.O. gehauen. Aber das ist mir zu riskant. Die werden sich ja wieder auf ihre Wege begeben. Von daher, jetzt konnte ich auch speichern. Ich wollte gerade sagen. Dann ist das vielleicht ein bisschen besser. So. Ne, hier ist aber sonst nichts weiter. Da kann ich auch nichts machen. Dann werde ich wohl da runter müssen. Ich habe aber eigentlich, weißt du, irgendwie kommt man bestimmt hier zu dem blöden... Zu dem blöden Geheimraum. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch nicht, Mensch. Ne, man kann nicht alles finden, oder? Ach, da ist ein Seil? Warum soll ich da ein Seil hinmachen, damit ich hier hochklettern kann, oder was? Ha. Ich verstehe. Warte, ich gehe aber da hinten jetzt nochmal schauen. Ich kann den Fluss bis hierher riechen. Ist hier... Ne, das ist echt komisch. Ist die blöde Kiste nur... Hm. Ich könnte mir da ein Seil für eine spätere Flucht hinmachen, oder? Aber ich glaube, auf die Schränke und dann ins Gebellt müsste eigentlich auch funktionieren. Dann spare ich mir so ein Seil-Pfeil-Ding. Aua. Das tat jetzt weh. Das war jetzt nicht so toll. Oh, oh. Okay. Ich habe Randale gemacht, gell? Ach, scheiße. Wir haben hier einen Eindringling. Ich kann ihn hören. Nein, ihr habt keinen Eindringling. Das ist alles nur... Kann gar nicht sein. Nein, du sollst da hochklettern, Mann. Wenn ich dich finde, wirst du um Gnade winseln. Ja, ja. Ich winsel dann später um Gnade. Ich habe jetzt keine Zeit für so eine Spielerei. Verschwende nicht meine Zeit. Komm endlich aus. Ach. Da war ich zu laut, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof. Und eine blöde Krähe steht da auch noch. Das ist natürlich auch doof. Zu dritt sind die. Sehe ich das richtig? Gut, zu dritt. Schlau wäre es ja gewesen. Ich weiß nicht, ich wäre jetzt einfach schnell zur anderen Seite gewuselt und wäre dann darunter. Da hätten die mich gar nicht mitgekriegt, weil die ja alle blöd hier standen. Da habe ich wieder nicht gut gedacht. Aber ich könnte mir die andere Seite eh mal anschauen. Also, es stehen Krähen rum. Das darf ich keinesfalls vergessen. Und es knirscht extrem, wenn ich da auf den kaputten Kronleuchter trete. Alles klar. Wenn sie wüsste, wie ich andere behandle, wäre ihr klar, wie viel Glück sie hat. Oh, oh. Oh Gott, bitte lass mich hier hochklettern können. Hier kann ich aber nicht ins Gebäck. Ach Gott. Scheiße. Ja, nee. Alles ist total toll. Komme ich hier rüber? Ja. Sehr schön. Gut, jetzt würde ich gerne da drüben hin. Ah, da stehen sie jetzt so viele rum, ne? Guck mal. Nicht viel besser, aber kein Eintopf. Ach, der hat eine Lampe, der olle Knilch. Scheiße. Okay, der patrouilliert da hinten hin. Vielleicht sollte ich mir den da hinten dann schnappen. Ich will das jetzt nicht in Sichtweite von dem anderen machen. Ich kletter... Ich mach das hier. Wenn der hier hinkommt, mach ich das. Der kommt ja wieder. Weißt du, der wird ja seine Runden drehen. Der kommt wieder. Und dann mach ich das lieber dann. Andererseits muss ich da drüben hin? Wo muss ich denn überhaupt hin? Hier. Ach so, das kann ich so auf der kleinen Karte nicht sehen. Da muss ich die große Karte aufmachen. Karte ansehen. Ich muss hier einmal so ganz... Ach du guter Gott. Ja gut. Ja, weil der patrouilliert da hinten. Das passt schon. Da sind die zwei. Und der eine mit seiner Lampe ist hier. Den kriege ich hier kaputt geschlagen. Also K.O. gehauen auf jeden Fall. Ich könnte natürlich auch einfach von Schrank zu Schrank. Das wäre wahrscheinlich... einfacher. Denke ich. Aber du kennst ja auch mein Talent. Ich werde ja immer sofort erwischt, weil ich ja so ein Dödel bin. Ach, da kommt er schon zurück. Gut. Ich kriege noch wunde Knöchel von diesen blöden Stiefeln. Ja, da musst du dir mal andere Stiefel kaufen. Das nützt ja nichts. Wo muss ich denn jetzt mit dem hin? Weißt du nicht, dass ich mit dem jetzt in die falsche Richtung gehe? Das wäre ganz blöd. Warte mal. Da ist der Tisch. Guck mal, dann komm du mal hier hin. Und so. Ich zieh den hier hinten. Das fällt denen ja nicht auf, weißt du, wenn hier einer fehlt. Die sind ja ein bisschen blöde im Kopf hier. Guck mal, hier hinten in die dunkle Ecke. So. Alles klar. Hoch hier. Ach, da geht's gar nicht rauf. Was ist denn hier los? Da. Okay. Oder ich hab die Hitbox wieder nicht gefunden. So, ich werde jetzt nichtsdestotrotz hier oben natürlich versuchen, mich ein bisschen aufzuhalten. Ich denke, dass das ein bisschen besser ist. Ist das die andere Treppe, ne? Wo muss ich denn dann hin jetzt? Das ist ja auch freaky. Okay. Okay. Wo muss ich denn da hin? Gibt es da unter der Treppe? Ist da noch ein Eingang oder ein Geheimgang oder so? Soll ich da mal noch gucken? Ich guck da mal noch. Nee. Hätte ja sein können. Manchmal sind da so eine, ja, weißt du, so wie so ein Treppenschrank, wo Harry Potter halt rumgerannt ist, guck mal, äh, gelebt hat, nicht rumgerannt ist. Gut, dann kann ich hier wieder hoch. Muss ich da hinten? Ach, da ist die Krähe. Jetzt sehe ich sie auch. Okay, hier kann ich nicht rauf. Ja, jetzt bin ich ja genauso weit wie vorher, nur, dass ich eine Wache ausgeschaltet habe. Ist ja episch. Gut, die sind da jetzt zu zweit. Das heißt, ich kann die ja auch nur schwer ausschalten. Jetzt muss ich tatsächlich mal schauen, wenn ich das Feuer ausmache im Kamin, das fällt ja auch sofort auf. Das ist ja auch für ein Po. So, jetzt schaue ich mal. Der steht jetzt da und guckt da sein irgendwas an. Dann kommt der Hauptmann. In der Zeit kann ich hier rüber. Und dann muss ich da drüben irgendwie hin. Am besten hier durch die Dunkelheit da rüber schleichen und dann von links an die Tür. Da ist... Ist das da ein Geheimgang? Nee. Ach, da liegt noch so viel Zeug rum. Guck mal, da liegt eine Geldbörse. Da ist was auf dem Regal. Da möchte ich eigentlich auch noch gerne gucken. Gut. Was glitzerte da? Ach so. Pass mal auf. Das heißt, ich gehe jetzt hier runter. Ganz leise. Oh Gott. Es fühlt sich nicht gut an. Geh weg. Vielen Dank. So. Ich schleiche mich jetzt hier durch die Dunkelheit und zwar so langsam, dass die Krähe mir auch nicht auf die Schläche kommt. Und dann werde ich mal gucken, ob ich von der Seite hier irgendwie... Nein. Da muss ich echt direkt da hin. Das ist ja sehr, sehr gemein. Wenigstens ist es kein Eintopf. Nicht viel besser, aber kein Eintopf. Gemein. Ähm, ich würde gerne die Sachen noch haben, die da rumliegen. Aber die sehen mich bestimmt dann gleich. Und dann habe ich das weggelaufen wieder. Pass auf, ich speichere jetzt erst mal ab. Die sind doch zu zweit. Das ist gemein. So, hier war doch... Ist das da vorne? Da. Hat es geglänzt, glaube ich. Ja. Jetzt schnappe ich mir erst mal die Geldbörse hier gleich, wenn er sich umdreht. Gut. Ah, ein Dokument ist das. Okay. Gut, und dann ist da noch ein Kelch. Den lasse ich aber. Das ist mir zu riskant. Abspeichern. Ich habe gedacht, vielleicht wäre da ein Geheimgang. Das wäre auch ganz cool gewesen. Aber ich lese auch gerne noch ein Dokument zum Thema Urkraft. Ähm. Na, da ist doch schon. Die Urkraft. Was ist die Urkraft? Eben diese Frage habe ich einmal meinem Vater gestellt. Die Urkraft sei Leben, so antwortete er mir mit Opium getränktem Atem. Er zog die Pfeife stets den Tugenden der Wissenschaft vor. Aber die Urkraft ist mehr als Leben. Sie ist ein durchdringendes Energiefeld, das jeden Stein der Stadt erfüllt, jeden Atemzug. Die Urkraft ist ein ungebändigtes Potenzial, das darauf wartet, angezapft zu werden. Nur wer sich auf ihre Präsenz einlässt, kann sie spüren. Und die Northcrest sind dabei die höchste Autorität. Seit drei Generationen arbeitet meine Familie daran, die Urkraft zu verstehen und ihre Energie als Quelle zu nutzen, um die Weiterentwicklung der Stadt voranzutreiben. Doch wo meine Vorfahren scheiterten, werde ich erfolgreich sein. Ob die wirklich eigentlich was Gutes damit machen wollen? Also eigentlich kann ja sein, ne? Also Hier mal gleich zumachen. So. Ich bin da durchgekommen, ne? Immerhin. Das ist doch schon mal ein Schritt nach vorn. Was ist hier? Das brauche ich nicht. Das ist ein Gemälde. Das auch. Die sind alle nicht so schön. Oh, da steht ja einer. Hallo, Kollege. Du, ich hab dich gar nicht gesehen. Lichtschalter. Na, ich könnte da jetzt drüben hin. Und hier ist auch noch ein Durchgang. Ich denke aber fast. Ich fürchte den Baron mehr als die Götten. Willst du dein Glück lieber tauschen? Was ist hier denn? Also nur eine dunkle Ecke zum... Eine dunkle Ecke zum Verstecke? Wenn du dich weiter aufhörst, wie ein Waschwein am Galgen, dann ja, dann wirst du sterben. Tu einfach was. Was zum... Oh nein. Ach komm schon, ey. Come on. Das ist keine Nacht, in der man sich mit mir anlegen sollte. Ja, ja. Bleib du da stehen und geh weg, ey. Nein, das geht nicht zusammen, oder? Stehen, bleiben und weggehen wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ich wollte damit ausdrücken, er möchte bitte nicht näher kommen. Ich habe keine Lust da drauf. Ach so, guck mal, jetzt ist der so gelb, weil der alarmiert ist. Ich verstehe schon. Ach, da würde das Licht ausgehen. Nein, das wäre doch schon mal ein Schritt nach vorne, oder? Da warte ich jetzt, bis er nicht mehr... So, aber ich glaube, der kriegt... Ah! Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der kriegt das trotzdem mit. Nee, aber anscheinend nicht. Der ist ein bisschen dümmlich. Jetzt muss ich natürlich auch sehr, sehr leise sein. Also, der steht jetzt da natürlich auch nur doof rum. Das ist natürlich schon ein Vorteil für mich. Ganz, ganz ohne Frage. Was guckt er da die blöde Standuhr einfach nur an? Ich muss jetzt einfach nur ein bisschen aufpassen. Oh, da kann ich die Kerzen ausmachen. Ach, da sind sie auch noch zu zweit. Ja, so langsam wird es aber hier ein bisschen ungemütlich. Lass mich mal hier noch gucken, bitte. Der ist immer noch so halbwachsam, ne? Aber der steht ja da eigentlich nur, oder nicht? Also, wenn ich mich jetzt so von hinten... Oh Gott, wenn der immer in meine Richtung guckt, weißt du... Bleib wachsam. Ja, genau. Bleib du mal ganz wachsam. Oh, da ist noch ein Kollege von ihm. Guck mal. Hahaha. Hallo. Ach, und der geht da auch nur drei Schritte vor und drei Schritte zurück. Das ist ja mal nicht viel, ne? Ich hoffe, ich muss da nicht, ähm, hin. Das wird eine lange Nacht, wenn er zurückkommt. Ich, ähm, laufe lieber ganz leise und vorsichtig hier wieder weg. Ich bin da nicht so ganz begeistert, weil da der Typ da so doof hin und her läuft. Der ist hier irgendwo. Ich weiß es. Der wird mich ja sehen, weißt du, wenn ich den anderen jetzt K.O. hau. Das kannst du ja vergessen. Also, ich, ähm, guck mal, ob ich da von der anderen Seite irgendwie, wo ich da lande, dann... Ich muss wachsam bleiben. Erstmal hier die Kerzen noch ausmachen, oder? Ähm. Alles klar. Das ist wieder ein Kronleuchter, den könnte ich theoretisch ausmachen, damit alarmiere ich aber wieder, ja Gott und die Welt, also. Den lasse ich jetzt mal an und gucke mal, ob ich das überhaupt, weißt du, ob ich das brauche. Was ist hier denn? Ein Versteckchen für mich, guck mal, extra im Dunkeln. Aber kein taugbares Gemälde anscheinend. Ich will davon nichts mitnehmen. Da ist nochmal eine Lampe. Mal gucken, ob da der Lichtschalter auch ist. Ne, ich sehe jetzt hier keinen. Die sind ja dann da immer in unmittelbarer Nähe, ne? Von daher... Diese verdammte Stadt. Gut. So, was stehst du da jetzt rum? Gut, du patrouillierst aber. Das heißt, du gehst nach da. Ich guck mal, wo du hinläufst. Ach so, da stehen sie auch zu zweit. Guck mal, der eine, der rennt da so hin und her. Also hier ist es genauso blöd. Hier ist es genauso blöd wie an der anderen Stelle tatsächlich. Hoch komme ich hier nicht irgendwo. Das wäre auch ein bisschen zu leicht, vermute ich. Der geht halt nicht weit, ne? So, und dann steht er da und guckt da blöd rum. Dann dreht er um. Sein anderer Kollege bleibt wohl stehen, oder was? Ja, der bleibt da. Der steht auch, ne? Die Situation ist ähnlich wie auf der anderen Seite. Einer patrouilliert, einer steht doof rum. Das heißt, ich warte jetzt mal, bis der da... Ich kann ja mal gucken, ob man von hier... Weißt du, ich befürchte halt, dass es da gar nicht großartig weitergeht. Siehst du? Das sieht nämlich so aus. Ich guck mal, ob ich da... Weißt du, was sagt denn meine Karte? Guck, da komm ich ja gar nicht hin. Ach doch, da muss ich sogar hin eigentlich. Guck mal, hier. Aber das ist, ähm, andere Etage. Muss ich hier die Treppe einfach hoch vielleicht? Warte mal. Ach Gott, ey, ich bin ja aber erst eine Treppe runter. Ich bin total verwirrt, ey. Oh Gott. Muss ich die Treppe hoch? Oh. Oh, Treppe hoch wäre aber ganz blöde, du. Das wäre eine ganz, ganz doofe Idee. Dann guck ich mal nochmal die anderen beiden Kollegen da vorne an. Ach, ist das gemein. Ja, da komm ich ja... Ne, da komm ich dann hochgeschlichen, wenn ich den, ähm, Kronenleuchter... ...wenn ich die Kronenleuchter wegmache. Aber habe ich eine Fluchtmöglichkeit irgendwo hin? Ey, weißt du, man sieht hier halt auch nichts. Ach, da ist der blöde Vogel, genau. Verstehst du, also wenn ich da jetzt den Kronenleuchter irgendwie abschieße? Was ich ja machen kann, es sind zwei Stück, die könnte man abschießen. Reicht das dann, wenn ich mich hier in der dunklen Ecke verstecke? Weißt du, die sehen mich doch bestimmt trotzdem. Ich, ähm, bin da nicht ganz so begeistert davon, das zu machen. Aber vielleicht, wenn ich schnell bin. Ich, ähm, schaue einfach mal. Hm, warte mal. Und dann könnte ich da die Treppe vielleicht drauf. Ich weiß nur nicht, ob ich da überhaupt richtig bin. Das ist bei mir ja auch immer so alles eine Frage der Logik, ey. Gut. Ja, ja, genau so. Wenn ich mich jetzt hier im Dunkeln, also hier ist ja nun wirklich ganz dunkel, also sozusagen zappenduster. Ja, wahrscheinlich würde ich mir das wünschen. Oh, ich sollte mir vielleicht, wenn ich flüchten muss, gehe ich die Treppe hoch. Ich, ähm, versuche jetzt dann natürlich die andere auch noch kaputt zu machen. Aber ich warte erst, bis die sich beruhigt haben. Das, ähm, wäre mir eigentlich lieber. Die kommen hier hinten gar nicht hin, siehst du. Habe ich ja Glück gehabt. Okay, die haben sich schon beruhigt. Das ging schnell. Oh, ne, noch ein bisschen sind, ist der da. Noch ein so ein Pünktchen hat er da. Jetzt hat er keinen mehr. Hm. Muss ich mal gucken. Ah, kann ich das von hier? Ja. So, das war jetzt der zweite, ne? Jetzt sind beide Kronleuchter kaputt. Jetzt, jetzt gucke ich, ob ich da hochkomme, die Treppe. Man kommt bestimmt bei den anderen beiden da in den Gang auch irgendwie vorbei, würde ich ja wetten. Weißt du, da kommst du bestimmt lang, ohne dass du die irgendwie erschießen oder sonst irgendwas musst. Aber, ich weiß es halt nicht genau wie und weißt du, bevor die mich erwischen. Ja, ich muss nämlich, ach da, ja, ja, ah ja, jetzt läuft er da hinten rum, ich verstehe. Und, da kann ich speichern. Ach so, ne, das sind die anderen beiden Kollegen. Die gehen jetzt wieder zurück auf ihren Platz. Gut, und wenn ich jetzt hier ganz, ganz leise hinschleiche, dann könnte das doch fast funktionieren. Oder ist da, warte mal, lass mich mal von der Seite noch schauen, ob da oben an der Treppe noch was ist. Weißt du, noch irgendwie ein Kronleuchter oder so. Ne, da ist, ah ah, ist nicht. Gut. Da ist nur eine normale Lampe. Von daher, die kann ich nicht wegschießen. Na los, dreh dich um und geh einfach weg. Ich kann da raufklettern auf das... Ich muss wachsam bleiben. Ja, ja, du musst wachsam bleiben. Ich muss erst mal gucken, dass ich Land gewinne hier. Scheiße. Wo nur lang, weißt du, es ist überall beleuchtet. Wie blöd. Ich hasse diese Waffe. Gott, du, Gott, du, aufregend ist das. Ich bin hier, das ist gut, oder? Ich bin an denen vorbei. Licht geht hier eh nicht aus. Das ist echt bravo. Hoch komme ich da auch nicht. Tolle Wurst, ey. Schade, den Geheimraum hätte ich eigentlich gerne noch gefunden. Aber ich freue mich jetzt einfach, dass ich hier angekommen bin schon mal, oder? Da ist nichts weiter. Komm ja, ich mache jetzt hier auf. Der hat ja blödes Personal, du. Ich sag es dir. Guck mal, da oben ist noch ein Gang. Oder irgendwas. Was ist das hier denn? Da kommt man bestimmt dann so... Warte mal, ich gucke mal erstmal, weil man kommt bestimmt durch die Tür normal nicht... Ah ja, ich verstehe schon, man kommt da gar nicht ganz normal durch. So. Ich muss hier jetzt... Ähm... Merkwürdig durch irgendwelche Schächter. Na, das ist ja das Richtige für mich hier. Komm her. Na dann. Ups. Ach so, und jetzt bin ich wieder... Aha, in der Ego-Perspektive. Das ist ja verrückt hier. Ähm... Ne, ich will nicht... Doch eins nach unten klettern. Vielleicht kann ich da auch rüber. Ne. Kann ich da irgendwo hin? Ne. Hm, warte mal. Kann ich hier hoch? Auch nicht. Doch, so. Aber ich komme da nicht... rüber gesprungen. Warte mal. Kletter mal hoch hier. Hallo, Kollege? Und dann noch eins hoch. Und dann so rum. Aber da war ich doch gerade eigentlich schon. So. Und dann runter. Und dann hier weiter. Und hier wieder runter. so, bin ich hier jetzt... Ja, sieht richtig aus, oder? Ich glaube, hier bin ich richtig. Schade, kann ich hier nicht gleich auf dem Gebäck bleiben? Das finde ich eigentlich besser hier. Muss ich ja ehrlich zugeben. Na, dann schaue ich mal, was ist hier denn schönes. Guten Tag. Hm. ist das ein Fahrstuhl, oder was ist das? Ja, bestimmt, ne? Ich muss auf alle Fälle nach oben. Das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Klettern. Ah, cool. Okay. Achso, und jetzt kann ich ja mal gucken, geht's hier irgendwo weiter hoch? Ne, anscheinend ja nicht. Oder ich seh's nur wieder nicht. Hm. Was ja bei mir... Weißt du, das ist ja Normalzustand, dass ich irgendwelche Sachen nicht sehe. Hm. Na, bravo. Ja, das war also nicht ganz richtig. Ich hab gedacht, vielleicht geht der dann auf diesen kleinen Vorsprung. Der da ist. Optimal finde den Weg in den Geheimraum. Ja, das, ähm, hab ich schon mal irgendwie versemmelt. Warte mal. Ich kann da aber nicht... Ich guck mal, ob ich hier irgendwo hochkomme, die... Wenn ich ganz herkömmlich hier einfach hochlaufe. Also... Warum soll man sich das denn unnötig kompliziert machen? Ach, weil die Treppe kaputt ist. Ja, ich verstehe die Problematik. Das heißt, ich muss da irgendwelche Kletteraktionen starten, vermute ich mal. Und hier geht's gar nicht lang, oder? Hm. Nee, da ist nur... Da geht's dann irgendwie runter. Das ist ja auch nicht das, was ich gerne möchte. Aber kann ich hier nicht... Warte mal. Ist so, hier so würde ich gerne auf diesen komischen Balken, verstehst? Hier auf den da. Ja, pass auf. Ich kletter jetzt da nochmal hoch. Aber... Ich hab halt nicht mehr so viel Moan. Ich will den nicht so viel verdammt viel verschwenden. Hier muss es ja irgendwo hochgehen jetzt. Also, gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Ich... Solche Passagen kann ich ja wieder, ne? Also, ich sollte hier nach Möglichkeit jetzt nicht nochmal runterspringen, oder? Das war irgendwie ungünstig, hab ich gemerkt. Ja. Mhm. Aber er bietet mir auch nicht an, hochklettern oder runterklettern. Also, momentan nicht da... Also, ich seh's wahrscheinlich einfach nicht. Was ja, ähm... Wie gesagt, ist halt so. Aber ich kann hier ja wahrscheinlich nicht umsonst langklettern, ne? Also, ich weiß ja nicht so genau. Geht's hier nicht hoch? Hallo? Kannst du da nicht mal... Das sind doch Gitter. Der soll doch nicht immer so rumtun, als ob man da nicht klettern könnte. Könnte man bestimmt. Aber ich kann hier auch nicht. Also, ich kann mich hier nur so hin beugen. Ich kann aber nicht auf das Gebälk. Das heißt, hier muss es einen Weg geben. Aber ich glaube, diesen Weg suche ich mir dann einfach beim nächsten Mal. Da kann ich das nämlich ganz in aller Ruhe austüfteln. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und fürs Begleiten. Wenn's dir gefallen hat, kannst du mir natürlich gerne einen Daumen oben da lassen, wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest. Dann einfach auf den roten Abonnieren-Button klicken. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.